Irgendwie habe ich ein ganz unnumpfelt Gefühl. Irgendwie habe ich echt ein ganz unnumpfelt Gefühl, dass hier irgendwie gleich was passiert. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Ja, schön. Hey, hey, Leute hier drüben! Darf ich eine Frage stellen? Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wäre es dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Wer ist er hier? Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch. Wirklich. Alles klar. Ähm. Er hört schon die Schreie in seinem Kopf. Alter, wie lange bist du da schon drin? Wie lange bist du da schon drin? Wenn man sich mir überlegt, guckt euch mal diese Zelle hier an. Du warst ja nicht mal ein Bett hier. Wie vermutlich mal da ist. Das Klo. Und das war es. Alter. So, wo lang eigentlich? Wo lang? Oder hier lang? Ja, mal hier lang. Wir sprechen mal. Zur Entlassung durch die Tür. Auf der anderen Seite des Raums. Okay. Danke. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Wollt sie mich verarschen? Wollt sie mich verarschen? Was, was? Ich geh' rein von... Oh! 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 Das muss wehtun. Das war's für dich. Na? Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard soll frei rufen. Wir wurden gerade richtig fett verarscht. Ich wusste doch, mein Gefühl war... war genau richtig. Ein paar dreckige Schweine. Als Gefangener bin ich ein wertvoller? Wir müssen Jack aus der Kryo rausholen. Waffen bereit machen! Komm hier rüber! Alter! Kann auch nicht speichern. Okay. Nehmen wir Deckung! Weitere Mal! Weitere Mal! Ja, war gut! So! Oh! Überlass sie ihre Systeme! Hey, Deckung! Oh! Weitere Mal! Was ist denn los hier? Komm! So! Ich glaube, hier wird keiner mehr kommen. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg, Jack aus der Kryo rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten! Was ist Jack? Das ist Jack? Weitere Mal! S! Alter, wer ist die denn? Oder er? Oder es? Oder... Wir müssen da runter! Okay. Und wie? Achso. Ähm. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Alter, was ist jetzt los? Okay, hier ist Panzerglas. Also das, was man Panzerglas nehmen kann. Alle Gefangenen! Gehen sie zurück in ihre Zellen! Sonst öffne ich sämtliche Luftschleusen an diesem Schiff! So. Hier vernehme ich doch gar nicht. Jetzt kommt's! Ähm. Neh mehr Verteidigung. Er ist blockiert. Nein. Okay, warte mal. Dann machen wir mal ein Faker. Zack. Gut. Na ja, und... Okay, dankeschön. Die Wache wurde von Gefangenen mit improvisierten Waffen überrannt. Er hatte keine Chance. So, nachladen. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Feuer in der Öffnung. Warte, um wir speichern? Nein, kann ich nicht. Ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Okay. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Nee, das war ich nicht. Bist du gut. Okay. Das war ich nicht. Du bist auch nicht. Was sind die Nummer? Voll im Ziel! Zeit zu sterben! Gute Reise! Gute Reise! Ich hab sie! Na klar! Wooh! Hab sie erwischt! Gute Reise! Gute Reise! Na toll! Ey, Leute! Nein! Ah! Komm hier rüber! Und ich bin Ehre! Ah, keine Mühe mehr! Ah, gut! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Na komm! Weg! Ah, ne! Das ist nicht! Alter! Schade! Schade! Entdeckung! Tatsache, 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 treuung! und die Tatsache, Schluss und Tod! Alter! Na komm! So, alle weg! Oh, wir haben ein bisschen Muni! Finden Sie Jack! Höchste Alarm! Finden Sie Jack! Ja, den suchen wir auch! So, wo lang? Da lang! Okay, gehen wir mal jucken! Alle machen zu 10 Block 1! Ah, okay! So, Breithausen bestimmt wahr? Jawohl! Und Nütze! Wer ist er denn? Sie sind wertvoll, Shepard! Wenn ich Sie verkauft hatte, könnte ich leben wie ein König! Aber Sie machen zu viel Ärger! Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen! Das glaube ich kaum! Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit! Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen! Es ist zum Wohl der Galaxie! Mach sie fertig! Los geht's! Die Entdeckung! Waffen bereit machen! Überreichtung ausgelöst! Au! Mal warten! Scheiße! Die Entdeckung! Ah! Sie sind nicht im Gegensatz! Sie sind nie so! Bin gleich da. Nur rüber! Das wird sie umwerfen. Berger, voraus! Ich hab sie! Au! Na komm! Gute Reise! Puh, 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 puh! Oh ne, noch mehr! Überlaste ihre Systeme! Warte mal! Warte mal! Ähm... Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal!